Servus Leute und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und zu heute alles um das Jena Gaming Projekte Netzwerk und zwar, falls ihr ein Projekt am Laufen haben möchtet demnächst oder ein Teamspeak Server demnächst laufen haben möchtet biete ich euch mit einem Kollegen hier das ganze an auf Jena Gaming das Projekte Netzwerk klingt das so in der Beschreibung, ist noch im Moment nicht hier um das zu verkaufen oder sonstiges und so findet man hier alles, Projekte und der Zwecke bestehende Projekte du kannst auch ein Teil unseres Netzwerk werden, falls du gerne ein Projekt starten möchtest, klar warum nicht und zwar, wenn du einen Partner von uns haben möchtest, kannst du gerne hier draufklicken leider ist im Moment das Kaufen noch nicht verfügbar dazu kannst du dich im Forum bei uns hier anmelden und kannst dann dort deine Probleme oder sonstiges hinschreiben wenn du Fragen hast oder irgendwas, hier Fragen oder neue Informationen einfach da registrieren alle Neuerungen werden natürlich auch dort dann dort erscheinen um zu wissen, ob du in unserem Netzwerk bist oder welche schon in unserem Netzwerk sind klick einfach auf das Netzwerk und hier weißt du schon, aha, das Netzwerk werden unserer Netzwerkpartner angezeigt, welche bei uns im Netzwerk vertreten sind hier ist noch kein Bild vorhanden, kein Logo, der ist von dem eigenen Server hier das ist ja unser Projekt, unser Gaming-Netzwerk von einem Kollegen und von mir dazu kommen dann auch von euch eure verschiedenen Projekte das Ganze ist natürlich auch relativ preislich, die Preise habe ich jetzt schon mal so variabel gemacht ich muss jetzt nur mal kurz gucken, wo die Preise sind oder wo die Preise waren hier, genau und zwar haben wir 50 Cent, einen Teamspeak 3 Server pro Monat mit JK-Zugangsdaten Microsoft Server für 250, natürlich muss noch alles hier bearbeitet werden dann haben wir Gary's Mod Server für 2,50 pro Monat und eine Domain für 15 Euro im Jahr also einmalig 15 Euro zahlen und dann habt ihr eine Domain komplett 365 Tage im Jahr so, dazu kommen dann noch unsere Teamspeak Musikbot-Angebote von 1,50 pro Bot, also pro Monat zahlt die 1,50 für ein Bot dann für 6 Monate 9 Euro pro Bot, das heißt jetzt zahlt 6 Monate 9 Euro für ein Bot und ein Jahr lang 18 Euro für ein Bot, also das ist relativ günstig, hier kommt noch vielleicht ein Angebot hin, mal gucken und hier werden auch alle Angebote von den Projekten selber, also für die Projekte, was wir hosten, auch noch angezeigt das heißt in dem Fall haben wir zum Beispiel hier Beispielpreise von SimonusGaming.net, also unserem Servernetzwerk mit dem Premium-Rank für 5 Euro, dem VIP-Rank für 10 pro Monat, dem Gold-Rank für 15 und dem Diamant-Rank für 20 pro Jahr alles wird hier noch überarbeitet, die Preise sind noch variabel, das heißt die Preise können sich ändern die Preise sind noch nicht offiziell, ihr seht, das Ganze ist noch nicht online, die Homepage ist jetzt, wie soll ich das erklären die Homepage ist noch alt, also das ist unsere alte Homepage, das war unser, wie heißt das, Entwurf der Homepage das ist auch unsere Homepage am Anfang aus, wo wir sie erschaffen waren, also ich zumindest, habe die jetzt einfach so überarbeitet das heißt, wenn ihr jetzt auf die Homepage draufklickt, kommt ihr hier, müsst, hier heraus, ähm dort, wo ihr dann auch zum Forum gehen könnt bei uns, oder auch direkt unseren Angeboten, die Angebote sind aber noch gesperrt das heißt, ähm, die Konferen sind im Moment nicht zugelassen, bitte gehört zur Startzeit zurück, das heißt entweder einfach zurückklicken, zack anders geht's, wenn man auch nicht, das müssen wir noch überarbeiten hier unten steht nochmal Copyright 2019, E-Scanning.de, dein Projekte, Netzwerk, das Ganze natürlich noch überarbeitet komplett, ähm, aber, sobald, ähm, wir anfangen können, unsere Server zum Laufen zu bringen und Server nutzen natürlich, ähm, könnt ihr, geht das hier? Nein, ok, könnt ihr, und die Sachen, die ich hier aufgelistet habe, bestellen das heißt, ein Teamspeak 3 Server, ein Minecraft Server, Gary's Mod Server und eine Domain, könnt ihr euch bestellen die Domain, ähm, wird ab nächste Woche circa sowas eröffnet, das heißt, da könnt ihr direkt schon Domains kaufen ähm, die Teamspeak-Angebote vom Musikbot, die werden natürlich noch, ähm, ja, schon eröffnet sein die meisten Sachen werden schon eröffnet, das heißt, die Domains werden schon eröffnet und ebenfalls die Teamspeak-Bots werden schon eröffnet, ab morgen circa der Rest ist noch preisspielig und variabel, das heißt, es werden im Moment nur die Domains und ebenfalls die Teamspeak-Bots angeboten, der Rest ist noch unklar, das heißt, beim Rest könnt ihr zwar draufklicken, aber kommt noch nicht weiter in dem Rest, hier könnt ihr das Zeug dann innerhalb des nächsten Monats oder sowas anfangen zu kaufen oder zu mieten oder wie auch immer man das nennen soll könnt ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr eure Daten eingeben und bekommt dann eure Wunsch-Domain das bei der Domain ist das Ganze gut, wenn ihr auf jetzt kaufen klickt, das muss ich noch bearbeiten ähm, bekommt ihr ein Formular zum Ausfüllen, wie eure Homepage heißen soll vor und nach Namen, E-Mail-Adresse und bli und blau und blo ähm, dann bekommt ihr auch, ähm, Hintergrundsdaten von uns, ähm, für die E-Mail-Adresse beziehungsweise für die Domain die Domain ist eigentlich nur gut, wenn ihr noch ein Web-Interface habt oder auch sonstige V-Server habt, ich hab's selber erlebt, ich hab's selber damals noch gehabt ähm, die Domain ist eigentlich dafür nur gut, falls, ähm, wie soll ich das erklären falls ihr schon einen Server oder sowas habt wenn nicht, an Hosten natürlich auch noch V-Server für euch, gar kein Problem das werden auch noch aufgelistet, die V-Server und so weiter mit angeboten also von dort schaut mal im Laufe der nächsten Woche, im Laufe des nächsten Mal äh, euch auf der Homepage vorbei von Jena Gaming, dem Projekte-Netzwerk Link dazu ist unten in der Beschreibung stellen wir auf jeden Fall vorbei das Bild ist natürlich, also alle, die vorsichtigen Errorbilder haben übrigens, sind noch keine Logos dabei also, von dem her gesehen, ne würde ich sagen, bedenkt mich hier fürs Zuschauen bei mir namensgang.de, dem bringt das wirkliche Vorstellung falls ihr Fragen habt, kommentiert sie oder geht aufs Forum und bis dahin, haut rein ich bin Jena, ich bin raus bis dann und ciao